ARD Text im Auftrag von Funk He he, wir sind in einem PvE-Event, äh Halloween-Event Ihr habt euch jetzt gematcht mit Danny in einer Runde, ich suche ihn in einem PvE-Event, das ist ja so unwahrscheinlich, das ist ja viel unwahrscheinlicher als bei PvP Oh, die wechselt Eine wechselt Winzen hattet ihr das schon, glaub ich, oder? Sorry Obwohl ich das Gefühl hab, dass ich voll drauf bin It was at this moment that he knew, he fucked up Oh my god Hey Marina, nicht am Esstisch Was? Bro Ich sagen, einfach nicht sagen Ich muss hier raus Ich muss hier raus Ich muss hier raus Ich muss hier raus Are we ready? Hier sehen sie den Tod von oben Greifvögel in der Luft Gut auch nicht Und da kam ein größerer Greifvogel Es gibt immer einen noch größeren Adler Blöd Blöd Rechts vorne, rechts hinten Rechts vorne, rechts hinten Rechts vorne, rechts hinten Lässt dich von mir hindern Lässt dich von mir hindern Lässt dich von mir hindern Lässt dich von mir Digga, du hast... Hä, warum bist du auf einmal da vorne gespawnt? Ich merke das schon, oder so Das darfst du keinem erzählen, ey Jung, hast du mich weggebürstet, alter Holy shit Lässt dich von mir Lässt dich von mir